Was ist denn hier los? Das ist mein Blut. Mein Blut verdammt viel von meinem Blut. Oh Gott! Oh Gott! Das ist mein Blut. Oh Gott! 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 Ah! Ganz allein, Seemann? Harry Flynn? Hey! Was zur Hölle machst du denn hier? Ich hab dich gesucht, Mann. Oh oh. Sollte ich mich freuen oder lieber nicht? Von beiden ein bisschen. Haha. Komm her. Ich hab nen Job für uns. Ach ja? Ein Kunde will uns ein kleines Vermögen teilen, wenn wir ihm ein ganz bestimmtes Objekt beschaffen. Und weiter? Tja. Und jetzt kommt der Haken. Oh nein. Du bist ja verrückt. Ja, lass, lass mich auslegen. Wir beide kennen zwei Typen, die beim Einbruch ins Museum draufgegangen sind. Und einen, der es geschafft hat. Gerade so. Ich schaff das nicht ohne dich. Du bist der einzige, der da reingekommen ist und weiß, dass man zwei für den Job braucht. Nein, nein, nein. Drei braucht man. Ja. Und wo wir gerade vom Teufel sprechen? Chloe Fraser. Nate Drake. Nathan Drake. Hallo Harry. Chloe ist einer der besten Fahrer in dem Geschäft. Das kannst du mir glauben. Bestimmt. Pass auf. Ich hab alles geplant. Rein durch die Kanalisation. Kann's kaum erwarten. So kommen wir in den Hof. Und von da klettern wir dann die Mauer rauf. Überqueren das Dach und lassen uns in die Ausstellungshalle runter. Und bingo. Und wozu? Der ganze Aufwand? Fragst du dich sicher? Tue ich nicht, aber nur zu. Das ist es. Eine Öllampe? Ja. Die ist wertlos. Was? Was soll das? Haben wir uns auch gefragt. Genau deswegen sind wir hier. Tja, er arbeitet wohl für einen Spinner. Einem Sammler. Mit einfach zu viel Zeit und zu viel Geld. Und ganz nebenbei erwähnt. Das ist es nicht wert. Jetzt wart doch. Wie steht's denn so mit deinem Schullatein, Nate? Woher hast du das? Ausgeliehen. Von dem Spinner, der zu viel Geld hat. Im Trabesund wurden wir von Dieben überrascht. Vater, Maffeo und mir wurden die Schätze gestohlen. Das Schriftstück ist von Marco Polo. Ja, so weit waren wir auch schon. Stell dir vor. Dummerweise ist der Rest davon Unsinn. Hey, Moment. Damit sie niemals in falsche Hände falle, verbarg ich meine Sorge am unwahrscheinlichsten Ort. Das Licht des großen Kahn hütet das Schicksal der 13. Sag ich doch, totaler Blödsinn. Er meint die verschollene Flotte, verstehst du? Ja. Hallo, klärt mich bitte jemand auf? Marco Polo verlässt China. Mit 600 Passagieren und 14 Schiffen voller Schätze von Kublai Khan. Und anderthalb Jahre später erreicht er Persien. Mit nur noch einem Schiff und nur 18 Passagieren. Und dabei hat er jeden einzelnen Schritt seiner Reise notiert. Nur nichts über die Schiffe und die Passagiere. Also sind da irgendwo 13 Schiffe mit den Schätzen des Kaisers, die nur gefunden werden müssen? Ja, und das weiß auch euer geschätzter Kunde. Hier, die Lampe. Voller mongolischer Schriftzeichen. Ganz bestimmt ein Geschenk von Kublai Khan. Das Licht des großen Kahn hütet das Schicksal der 13. Marco Polo hat was in der Lampe versteckt. Ein Hinweis, wo seine Flotte geblieben ist. Und... Wir hauen den Typ übers Ohr. Verlass dich drauf. Bist du dabei? Aber klar doch. Was soll denn schon schiefgehen? Ich würde ihn sehen. Understand... Alles in Ordnung... Bist du dabei? 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 Wir lassen dir das... Oh, come on, come on. Ah, verschlossen. War ja klar. Jaaah! Erlet! Dieses Karma. Ah! Ah! Geschafft! Ah! 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 Geschafft! Ah! 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 Hallo? So viel zum Vorspiel. Erklärst du mir vielleicht mal, was hier los ist? Du meinst mit Flynn? Ja, du hast nichts gesagt. So war's doch viel lustiger. Egal, du bist nicht gerade das, was man leicht zu finden nennt. Besser als leicht zu haben. Er ist eifersüchtig. Vergiss mal nicht, wer hier wen im Stich gelassen hat. Du hast gar kein Recht, eifersüchtig zu sein. Jetzt mal langsam, Chloe. Wenn es dich beruhigt, meine Beziehung zu Flynn ist rein geschäftlich. Ach ja? Meistens jedenfalls. Als mir klar wurde, dass er tatsächlich eine Spur hat, hab ich mir gedacht, du wärst gern mit von der Partie. Was hast du vor? Wie abgemacht. Wir ziehen es durch, suchen die Schiffe und hornen mit dem Schatz ab. Mit Flynn? Mhm. Und dann? Und dann teilen wir alles durch drei und du und ich verschwinden. Zusammen, diesmal. Verstehe. Bis dahin. Darf er nichts von uns wissen? Der... flippt aus vor Freude. Das... wird er schon überleben. Vertrau mir. Ja. Oh, oh, oh. Ah! 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 S pensando en la calva de...